Das war nicht nur ein Raubüberfall. Das war eine Hinrichtung. Francis Allen. Haftbefehl gesucht in der Schweiz, Italien und Frankreich. Er hat getötet. Und er wird das wieder tun. Detective Lewis von der Dienstaufsichtsbehörde. Das Problem sind die Kollateralschäden, die Sie bei Ihren Einsätzen verursachen. Wir tun Dinge, von denen Sie nur träumen können. Ich denke, Sie haben den falschen Mann. Du wirst dir Konsequenzen tragen müssen. Dein unüberlegtes Handeln wird ein ernstes Nachspiel haben, Regan. Nur an eins habt ihr dabei nicht gedacht. Die Sweeney. Polizei! Ich stelle dir jetzt eine Frage. Und wenn du nicht sterben willst, antwortest du mir. Ich muss ihn überführen. Ich weiß, Jack. Antworte mir! Es gibt einen eindeutigen Beweis, den ihr übersehen habt. Hängen Sie in mir, Regan. Sag ihm, dass ich ihn kriegen werde. Wir werden sie alle kriegen. Wireye jouw. Ja, ich weiß, Jack. Diese Sindsäge! Ich bin alle die Schöne!